Bis 2045 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral werden. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, braucht es innovative Lösungen. Die FIGA World ist ein Musterprojekt, das den Weg hin zu einem klimaneutralen Gebäudebestand aufzeigt. Die Betriebsphase spielt eine entscheidende Rolle, wenn es wie bei diesem Großprojekt um die immer wichtiger werdende Frage der Energieeffizienz geht. Nach der Bauphase entstehen wesentliche CO2-Emissionen im Gebäudebetrieb. Daher haben wir für die FIGA World die Forderung nach möglichst effizienten und nachhaltigen Energieversorgungsmöglichkeiten genauso aus ökologischen wie aus ökonomischen Gründen gestellt. Ziel war es, eine prozessuale Expertise zu entwickeln, die Bauen als eine große Chance begreift, Leben und Arbeiten zukünftig deutlich stärker als bisher in Einklang mit Nachhaltigkeit zu bringen. Mit großem Erfolg. Denn schon in der Planungsphase hat die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauern, die FIGA World, mit einem Platin-Zertifikat ausgezeichnet.